hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren runde walker league so wir sind im 1 gegen 1 das hatten wir bisher noch gar nicht gehabt oh mein gott ja nice so ist es 1 0 gleich mal gucken schauen wir mal ob das im 1 gegen 1 besser läuft oh mein gott er fällt aber da richtig hart na 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 junge so ist es 20 jetzt ist natürlich auch wrangt also keine sorge Oh, wieder komplett daneben geschrungen. Oh, er ist halt nicht wirklich gut. Ah, den habe ich wieder. Oh, nein. Oh, nein. Oh, wow. Heftig. Er kann ja aufgeben. Die Möglichkeit gibt es. Gut, er hatte jetzt erstmal den Ball. Okay, gut. Okay, er ist aber auch nicht in der Position, jetzt das Tor zu machen. Oh, nein. Alter. Er müsste jetzt sich den Boost eigentlich holen, aber er macht halt sehr, sehr, sehr viele Fehler meiner Meinung nach. Ja, und da ist auch der nächste. 4-0. Ja, so läuft scheinbar. Aber gut, kann natürlich auch nur gegnerabhängig sein. Ah, erster Ballkontakt und ich glaube, der geht sogar rein. Der geht auch rein. Oh, mein Gott. 5-0. Krass. Ah, auch wieder erster Ballkontakt. Ah, komm. Oh, er rettet ihn nicht. Er rettet ihn nicht mal, ne? Ah. 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 Ja, da geht auch. Oh. Noch reinbekommen. Damit habe ich das erste Mal überhaupt über 1000 Punkte. Ja, komm. Ja, komm. Wollen wir einen Erntreffer zulassen? Ah, nee. Danke. Die gehört euch auf. Ja, da hat er aufgegeben. Okay, gut. So. Ja, nach 7-0. Okay, gut, wir suchen halt einfach nochmal. Nochmal neu. Nochmal neu. No way. Da ist im Moment an die Q scheinbar nicht ganz so ausgelastet. Ähm, okay. Ähm, okay. Oh. 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 Oh, zerstört auch noch. Ah. Hätte ich vielleicht nicht mehr rangegangen. Hätte es vielleicht geklappt. Oh, Mist. Ah. 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 Oh nein, wow. Das Spiel ist auf jeden Fall etwas ausgeglichener. Ah, dann kann man auch noch durch. Ja, kommt noch nicht mehr ran. 1-0. Gut. Ah, hast du bald Kontakt geschafft? Ah, ist halt auch seiner Hälfte. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das war glücklich für mich. Oh. Oh, knapp. Lol. Jawoll, nice. Perfekte Position. Wunderbar reingehauen. Geil. Ich glaube, der steht jetzt mal ein bisschen näher dran. Ja, sag ich ja. Oh nein. Ah, Mist. Ich wollte ihn noch abfangen, aber nicht mehr gereicht. Schade. Ja. Da ist der Anschlusstreffer jetzt auf jeden Fall nicht nervös machen lassen. Oh. Oh. War abgewehrt, das Ding. Oh nein. Oh nein, weil er mich geblockt hat. Ah. Kacke. Okay. Damit ist es wieder auch total offen. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh scheiße, er hat den Boost jetzt bekommen. Nimmt sich jetzt auch die ganzen Boosts noch. Oh nein. Oh nein. Oh. Kommt auch nicht ran. Nein. Oh. Das war so bad von mir. Fuck man. Scheiße. Ach man. Ah. Schade. Es ist so ärgerlich. Ah. Mist. Eigentlich hätte ich das auch gewonnen. Mann. Schade. Ich glaube wir haben deutlich mehr Rettungen gehabt. Ist nicht schlecht gespielt. Gut. Wir suchen mal ein neues Spiel. Jo. Wir haben noch. Ich glaube wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Komm. Wir machen noch ein drittes in heute. In der heutigen Folge. Er war sogar Profi. Das heißt er ist von der Stufe her sogar noch höher. Wie ich eigentlich. Oh jetzt. Dieses dritte. Also ganz unten. Relativ weit unten. So. Wettkampf Solo. Weiß ich jetzt nicht. Wettkampf Solo. Hm. Oh. Oh. Meine Güte. Was war daneben? Oh nein. 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 Komm. Einer noch. Oh. Oh. Danke. Wär ich nicht rein gegangen. Wär vielleicht reingegangen. Oh. Knapp. Oh. Ich war noch dran Können wir uns auf jeden Fall gerne noch mal anschauen Ne, war ich Okay, ich war nicht mehr dran Zumindest jetzt aus der Einstellung Komm, komm, komm Oh nein Oh, auch wieder nicht Oh, krass Ah, okay, der passt mal gut Geboostet Ah Wow Neben geflogen Oh, noch rausgeholt Den Scheiß Wow Wo ist sie? Nein Ah Fuck, Mann 0-2 Zurückliegend Dieser Nightwane Ah, das ist schon ordentlich gemacht Hier Und ist er auf den richtigen OMG, mein Team Ja, du bist selber nicht besser Spast Oh Wieder keiner mehr In der Defensive Komm schon Sind aber auch sofort wieder so gut geordnet Ah, abgefangen Wichtig Oh, den bringt er wieder rein Ah, den kriegt er abgewehrt noch Aber, oh Ah, den kriegt er Jetzt natürlich schön in die Mitte Oh Abgefälscht Das Ding Oh, Mist Oh Was macht er denn da Ah, komm, 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 komm Ah, ist viel zu ausgeglichen gewesen Halt eigentlich Hat natürlich mehrmals das Tor offenstehend Und immer ein bisschen Pech gehabt Auch Schade Ganz knapp Gut, ich würde sagen Das war auf jeden Fall eine weitere Runde Rocket League Schade darum Morgen wieder ein Bis zum nächsten Mal Ciao